Hi, ich bin La Bamba. Und ich bin Quaseltonia. Und wir sind die Schokofrösche. Herzlich willkommen zu Schokotratsch. Hallo, hallo, hallo. Das habe ich, glaube ich, noch nie so gesagt und ich werde es auch nie wieder tun. Wer weiß. Ja, was steht denn heute an hier? Ich bin so ein bisschen planlos. Für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen über die Filme quatschen wollen. Wir werden die alle mal ranken. Und danach haben wir uns jeder so ein paar Lieblingsszenen rausgeschrieben, die wir dann nochmal besprechen wollen. Weil wir haben uns gedacht, irgendwie kommen die Filme ja immer sehr kurz bei uns und die spielen ja trotzdem in der Harry Potter Welt eine große Rolle. Also warum nicht auch mal darüber sprechen? Und wenn ihr Gefallen an der Folge findet und das cool findet, dann könnt ihr uns ja auch gerne einfach mal schreiben, ob ihr euch zum Beispiel auch ein neues Format wünscht, sowas wie ein Film, eine Folge. Das heißt, dann könnten wir mal einen Film ein bisschen ausführlicher in einer Folge besprechen. Genau. Und dann noch einen und noch ein, bis wir bei acht Filmen insgesamt sind. Genau. Ich finde das eine, ich präsentiere euch jetzt einfach meine Meinung. Bitte. Ich habe jetzt. Hast du es auch in die Kommentare geschrieben? Nee, aber das werde ich auch nicht tun. Ich habe tatsächlich in relativ sehr kurzer Zeit fast alle Filme geguckt jetzt. Und ich habe Redebedarf. Also ich möchte euch Dinge mitteilen. Deshalb wäre es gut, wenn wir darüber sprechen. Also mit dir habe ich sowieso die meisten Sachen schon besprochen. Aber ich finde, auch unsere Zuhörer sollten einen Einblick davon bekommen. Was wir denken. Also das ist wirklich crazy. Ja, ich finde das auch eigentlich eine ganz coole Sache. Es wundert mich jetzt auch, dass wir nach drei Jahren das erste Mal auf die Idee kommen, auch immer die Filme mal zu sprechen. Ja, irgendwie haben wir die immer wegignoriert und uns hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht sie das jetzt umgesetzt haben oder dass sie es gar nicht umgesetzt haben. Aber die Filme haben natürlich auch gute Momente und mit denen fangen wir Gott sei Dank auch an, bevor wir in gesonderten Folgen ragen können. Ich finde, das ist eine coole Sache. Ich finde, das ist eine gute Sache, dass wir auch mal ein bisschen positiv über die Filme sprechen. Ich finde das auch gut. So, und dann haben wir auch noch ein bisschen Fanpost theoretisch. Ja, coole Sache. Und ich muss dir auch noch zwei Sachen erzählen, beziehungsweise du weißt es ja schon ein bisschen. Ja, stimmt. Ich war, und das ist jetzt leider schon ein bisschen länger her, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, das zu erzählen. In so einem Harry Potter Escape Room. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Harry Potter Escape Room war. Also ich war ja schon öfter mal. Ich war noch nie in einem Escape Room allgemein. Ja, deswegen erkläre ich einfach noch mal kurz, was man da machen muss. Also man macht das mindestens mit zwei Leuten. Wir waren jetzt zu sechst. Du wirst quasi in einen Raum gesperrt, in Anführungszeichen, und musst dann quasi Rätsel lösen, um wieder aus dem Raum zu kommen. Genau, das ist so der Hauptgedanke. Da ist es natürlich aber alles aber mit einer schönen Story verpackt. Und jetzt war es eben so, das war, das war so eine Mischung aus Harry Potter und fantastische Tierwesen. Also es ging auch viel um die Tierwesen einfach. Es war zum Beispiel Niffler und so, es war echt süß. Und wir waren halt erst in der Winkelgasse. Also es gab super viele Räume da. Das fand ich schon mal richtig cool. Normalerweise kenne ich das so, dann bist du vielleicht maximal zwei Räume. Aber wir waren irgendwie in so fünf verschiedenen Räumen, also Welten. Das war richtig gut. Crazy. Wir waren halt erst in der Winkelgasse und dann musstest du zum Beispiel erst mal so eine Ladentür geöffnet bekommen, musstest ein Rätsel dafür lösen, damit du in die Bäckerei quasi kommst. Und durch die Bäckerei bist du dann mit Flohpulver durch den Kamin gereist und so. Und dann waren wir noch im Ministerium. Wow. Und dann gab es sogar Zauberstäbe, mit denen du Zaubersprüche zaubern konntest. Dann ist auch wirklich was passiert. Das war so, oh mein Gott. Und dann, das war richtig cool, dann bist du quasi noch wie so in Newts Koffer runtergestiegen. Und das war echt richtig krass. Also wir haben voll viel gemacht und das hat echt richtig Spaß gemacht. Und man denkt immer so, boah, es sind erst 20 Minuten vergangen und dann war die Stunde schon um. War das irgendwie so auch ein bisschen lizenziert oder war das dann alles nur so angelehnt, dann heißt das nicht Harry Potter, sondern Harry Otter, damit sie nicht Potter sagen, weil der geschützt ist? Nee, nicht direkt. Also es ging ja nicht theoretisch um Harry Potter, sondern es ging ja eher um die Welt. Deswegen hieß es, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Es ging auf jeden Fall um Obscurus. Und das war aber auch so benannt. Also es gab, also es wurde über die ganze Zeit über ein Obscurus gesprochen. Ja, ich glaube, das Wort selber gibt es. Es ist keine Erfindung von J.K. Ja, und sonst auch mit Flohpulverreisen und sowas. Es waren natürlich jetzt andere Zaubersprüche. Ach so, ja genau. Wobei? Doch, nee, ich glaube, wir haben Lumos auch benutzt. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Lumos geht vielleicht, weil das ist ja, glaube ich, eins zu eins, das Wort Licht. Ja, weil es auch einfach Latein ist, genau. Wird ja auch in der, bei iPhone kannst du es ja auch benutzen. Ja, genau. Um die Taschenlabel anzumachen. Also ich glaube, die haben sich da so gut rausgemogelt, so ein bisschen. Aber das war schon ganz cool. Also es war jetzt keins von der Company da. Nee, nee. Obwohl es, es war schon sehr, es sah schon sehr original alles an. Auch mit Niffler und so. Also ich weiß ja nicht. Stimmt. Ja, vielleicht bewegt man sich da so ein bisschen in der Grauzone. Aber es ist halt, also für mich ist das immer so ein bisschen störender, wenn, wenn das dann halt so ist. Dann heißt er nicht Harry Potter, sondern Harry Otter und nicht Ronald Weasley, sondern Rudolf Wesley oder so. Und dann denkst du dir so, ja okay, also es ist so nah dran, wann aber doch so weit weg und das macht mir nicht so richtig Spaß. Nee, das stimmt. So war das, als ich mal so ein, ähm. Ach, so ein Krimi-Dinner hattest du mal. Krimi-Dinner, genau. Einen Krimi-Dinner gemacht habe. Da waren das so Fake-Namen und das war auch so ein bisschen läppsch. Also es ist dann schon ein bisschen billig, wenn aus Harry Potter dann Harriet Potter oder so gemacht wird. Ja. Die Story war auch ein bisschen lame und so. Also das war halt einfach so ein bisschen billiger Abklatsch, sag ich mal. Aber dieser Escape Room, der war echt richtig cool. Also wer Lust auf sowas hat, informiert euch mal in euren Cities. Die sprießen echt auch aktuell wieder wie nix aus dem Boden. Ja, außer in meiner Gegend. Ach, sowas gibt es bestimmt bei dir auch. Nur die Quizze nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich war ja letztens auch schon wieder auf so einem Quiz. Ja, genau, weil Antonia, die ist da richtig unterwegs, Leute. Ja, ich habe auch jetzt echt meine eigene Crew. Wir gehen immer mit den gleichen Leuten dahin und wir sind schon so ein eingeschweißtes Team. Das ist echt ganz witzig. Irgendwann hat Antonia auch alle Fragen schon mal einmal gehört. Nee, ich habe mal wieder übelst verkackt bei der Rubrik Zaubersprüche. Da bin ich einfach nicht gut drin. Ich kann es mir nicht merken. Und dann sind es auch mal so Zaubersprüche, also ich weiß, so Duro. Wüsstest du jetzt, wofür das steht? Nein. Ja, ich wusste es auch nicht. Ich wusste, Duro ist auf Italienisch hart. Bin aber nicht auf irgendeinen Zauberspruch gekommen, der irgendwas hart macht. Dann haben wir irgendwie notgedrungen irgendwann hingeschrieben, dass die peitschende Weide, die Äste stillstehen. Ja, aber es macht halt Dinge hart. Also hättest du einfach den ersten Gedanken hingeschrieben. Aber ich dachte mir so, hey, wann soll das denn gezaubert werden? Also irgendwie, und dann, ja, es ist doof, ich kann das nicht so gut. Und eine Rubrik war Schätzfragen und das fand ich so schwer. Das waren halt auch Sachen, die man jetzt nicht im Buch irgendwie schätzen musste, sondern so, wie viele Bücher werden pro Sekunde verkauft oder so. Das kannst du gar nicht wissen. Ja, das stimmt. Das ist schwierig nachzuvollziehen. Und das ist dann immer so ein bisschen 50-50-Chance gewesen, ob du drüber oder drunter warst. Und naja, also das war ein bisschen willkürlich. Ansonsten hat es aber auch echt wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber vom anderen Anbieter hat es mir dann doch ein bisschen mehr gefallen bisher. Die hatten ja auch manchmal so Filmmusikraten. Zauberstäbe haben die Bilder gezeigt. Da musstest du sagen, zu wem die gehören. Das war irgendwie noch so ein bisschen gewitzter gemacht. Da wäre ich gut. Zauberstäbe und deren Bilder, das könnte ich voll gut. Aus irgendeiner Grund. Ja, wir müssen eigentlich auch echt sowas nochmal machen. Einmal warst du ja auch mit dabei. Das war cool. Ich habe nämlich ja auch noch, ich schaffe es nicht immer, meinen ganzen Merch abzufolgrafieren. Wie wir alle festgestellt haben, bin ich da sehr nachlässig geworden. Aber ich habe jetzt in den Zauberstab von Luna. Und ich habe auch den, du weißt das schon, aber alle anderen wissen das noch nicht, von Bellatrix Lestrange. Das ist auch noch richtig cool. Da habe ich so ein Aesthetik-Bild im Kopf, das ich mal irgendwann umsetzen muss. Welche fehlen dir denn noch? Welche Zauberstäbe? Ach, super viele. Das sind jetzt fast alle, oder was? Mir fehlen richtig viele. Nein, also ich habe schon einige, aber mir fehlen so viele. Wirklich so viele. Ich habe nicht mal den von Ron. Ron. Ich dachte, du hast gefühlt alle. Nee, ich habe den von Ron nicht. Und dann gibt es ja auch noch so die, wie von Cedric, von Cho. Keine Ahnung. Aber so richtig coole Zauberstäbe wie den von Sirius, den ich einfach hübsch finde. Den von Ginny, Snape. Die sind auch ganz hübsch. Dann habe ich den von. Und richtig cool ist einfach der von Lucius Malfoy, weil der ist einfach irre teuer. Der hat Basti mir geschenkt und das ist einfach vor allen Dingen nicht dieser Fake, sondern das ist der richtige aus der Nobles Collection oder wie die heißt. Der ist halt auch einfach riesig. Und ich weiß nicht, wohin damit. Der steht immer im Weg. Und manchmal kippt er so random um. Ich denke schon immer, irgendwann ist der kaputt. Irgendwann zaubert er los. Achso, ich dachte, er zaubert er. Ja, das vielleicht auch. Aber erst mal ist er irgendwie kaputt, weil er ja mal hinfällt. Nein. Weil ich auch irgendwie das, also ich habe schon, ich muss euch auch noch meine neue Merge-Ecke zeigen. Wir haben ja umgebaut. Und ich habe das neu arrangiert. Allerdings ist das im Büro, also ich habe das jetzt im Büro nicht mehr im Wohnzimmer. Dann, dann gedulden wir uns noch im Moment. Und was ich ja jetzt auch nochmal wieder gekauft habe, waren diese Kinder-Joy-Harry-Potter-Dinger. Ja, ich habe zwei hier liegen. In der neuen Variante. Genau, da gibt es nämlich neue Figuren, Leute. Habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin richtig schlecht dieses Jahr. Also letztes Jahr war ich ja voll gut. Und da hatte ich auch, habe ich auch echt gute Sachen gezogen. Und auch hatte ziemlich schnell alle, bis auf Luna, die hat mir dann eine Arbeitskollege geschenkt. Dieses Mal war nur Schmarrn. Diese komischen Dinger. Warum machen die da überhaupt diese komischen Dinger rein, die keiner braucht? Also entweder es ist eine Figur oder gar nichts. Kann die alles immer ein Gewinn sein? Also ich finde, schon. Also weil das ist, das ist Plastik. Das landet im Zweifel im Meer. Ja, entweder du machst so wirklich coole Sachen, an denen Leute tatsächlich auch Freude haben. Aber diese anderen komischen Sachen, gerade dieses Fred und George Ding, wo diese eine Bobble da ist, den du hoch und runter drücken kannst. Wie unnötig ist das denn? Das benutzt doch kein Mensch jemals wieder. Das ist so unnötige Plastikverschwendung. Dann denke ich mir doch, dann lasst es einfach. Oder einfach noch ein Schokobong oder irgendwas Schokoladiges, was zum Essen könnte man stattdessen anstatt einer Figur noch reinmachen. Dann hat man wenigstens was davon. Ja. Und sie haben die Lizenz ja schon gekauft. Das ist ja original. Das heißt, sie hätten doch auch sonst, hätten die da nicht aus Papier irgendwie so ein kleines, also so ein Text aus dem Schulbuch oder so. Weißt du, das ist doch alles, das gibt es doch alles schon. Aber dass das aus Papier ist, dieses Plastikfüllmaterial, was kein Mensch benutzt. Ich habe hier noch irgendwie so ein... Diese Lineale oder so gab es doch letztes Mal oder Armbänder oder so. Ja, das braucht auch kein Mensch. Und dann das hier, das ist jetzt hier Draco mit diesen zwei Besenstielen da unter sich. Das soll man sich an den Stift tun. Ist das jetzt aus der neuen Kollektion? Ja. Das soll man sich an den Stift tun. Jetzt habe ich das versucht, an den Stift zu tun. Mein Stift ist zu dünn, dann rutscht das immer runter. So, das benutze ich doch auch nie wieder. Nee. Voll Schaden, der arme Dre Dre. Ja, du brauchst einen Bleistift, glaube ich. Dann machen sie entweder mehr Figuren rein oder irgendwas, was sie auf Papier drucken können. Und dann wäre ja hier der Willkommensbrief von Harry zum Beispiel. Das wäre cool. Oder die Eintrittskarte hier vom fahrenden Ritter vom Hogwarts Express. Oder die Karte des Rumtreibers. Ja, in klein zum Zusammenfalten so. Und das hängen sich Leute, oder Magneten. Warum machen sie hier nicht so ein Draco-Magnet? Den kann ich mir wenigstens an den Kühlschrank hängen. Also deshalb, also es fragt mich ja keiner von diesen Firmen, ja. Lasst uns eine Petition starten. Amber für Kinderjoy, Harry Potter Edition. Ist egal, egal was. Das ist ja nicht nur Kinderjoy das Problem. Sondern, also im Prinzip, also ich habe sehr viel Meinung zu verschiedenen Themen und man könnte mich einfach häufiger fragen. Aber dieses Kinderjoy, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich genervt. Beim letzten Mal schon, aber diesmal war es halt wieder so und das hat mich halt, das fand ich schon richtig kacke. Ja, ist schon ein bisschen verarscht auch. So, ich mache jetzt eins auf. Hier könnt ihr jetzt gucken. Ja, komm. Dann hole ich meins auch. Dann hole ich es auch. Jetzt habe ich hier Ginny Weasley. Ich glaube, das soll eine Büroklammer sein. Was? Aber die sind dann so schlecht verarbeitet, dass man die auch nicht als das verwenden soll, kann, als was es ist. Zeig mal. Jetzt kannst du, das sieht so aus. Ach, Herr Jemini. Und dann, glaube ich, kannst du das so. Ist auch viel zu dick. Okay, das sieht aber schon ein bisschen lustig aus. Kannst du hier so da dran hängen. Aber das macht gar keinen Sinn, weil es zerknickt alles. Also vielleicht ist das auch was anderes. Ich habe jetzt auch noch eins. Ich mache auch eins auf. Jetzt mache ich auch noch das andere. Wenn ich eh schon hier sitze. Da mit dem Fragezeichen, da ist es immer drin, ne? Ja. Oh, nö. Ich habe auch so ein scheiß Fidget-Ding mit Ron. Nein, das sind die Weasley-Zwillinge. Da nervt es mich eh, dass der eine da hinten so abgeschüttet ist. Das stimmt. Ich dachte so, hey, was ist das? Aber das ist ja sein Kopf. Ach, das ist hier doch. Was ist denn das? Hey, das habe ich noch nie gesehen. Ach, das ist so eine Klammer. Ja. Aber dann lieber Büroklammer als so ein komisches Fidget-Ding hier von den Zwillingen. Es ist schon wieder Ginny. Sag mal. Ich bin mit Ginny am Start. Ich habe das falsche Ei aufgemacht. Ja, hier ist aber auch nur kleinen Scheiß drin. Ich höre es schon. Egal. Ich esse jetzt auch noch die Schokolade, weil wenigstens etwas. Kannst du dich mal überlegen, wo ist denn hier? Weißt du, und das kannst du dann ja alles bei Ebay kaufen. Also die verkaufen das alle, die Leute. Und dann denke ich mir immer, wer kauft das? Also entweder du hast das komplett original verpackt, um es in den nächsten 50 Jahren gewinnbringend zu verkaufen, oder du behältst es halt einfach. Ja. Komm mal, klar. Ah, das ist auch für einen Stift hier. Guck mal. Ich muss jetzt leider die Schokolade essen. Ja, das ist okay. Und das, aber das passt doch jetzt gar nicht. Jetzt ist das zu groß. Äh, zu klein für meinen Stift. Hä? Macht gar keinen Sinn. Das ist doch hier alles Betrug. Okay, es ist einfach, es ist so ein, es ist wirklich so eine Umweltverschmutzung hier. Ja, toll, so, und so kann ich dann schreiben, oder was? Da ist wirklich viel Schrott drin. Also ich hätte gerne die Luna. Also machst du keine Opening-Videos für Insta diesmal? Äh, doch, ich hab noch welche. Okay, dann könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Das waren nur die, die ich so lose hier rumfliegen hatte, mit denen ich nie wusste, was ich damit tun soll. Und das, wie wir jetzt bemerkt haben, wäre es auch total unnötig gewesen, sie in einem Video aufzumachen. Hm, das stimmt. Ich hab jedenfalls Hooch. Ja, das find ich cool. Marius hatte Joe. Ach nee, Marius hatte dieses doofe Fidget-Ding auch. Aber ich hab von Ruben noch Joe bekommen. Ich hab noch Ginny. Hm. Das ist die einzige Figur, die ich habe bis jetzt. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den Filmen. Wir sind ein bisschen abgekommen mal wieder, aber deswegen ist die Tratschfolge ja Tratschfolge. Also, Freunde der Sonne. Es fängt an, Antonia hatte das ja schon angekündigt, mit dem Ranking der Filme. Ich würde sagen, wir fassen aber Heiligtümer des Todes als einen Film zusammen, oder? Also, ich hab die jetzt nicht gesondert gemacht. Ich hab sie gesondert gemacht, aber ich hab quasi das Gleiche geschrieben, von daher passt das so. Äh, okay. Wir fangen natürlich mit dem letzten Platz an und diskutieren uns dann weiter nach oben. Okay, da bin ich ja gespannt. Wir werden ja nicht deiner Meinung sein. Wahrscheinlich, ja. Okay. Okay. Dann starte mal. Ach so, ja, ich hab auf dem letzten Platz natürlich Heiligtümer 1 und 2, weil ich natürlich das Buch ja schon nicht so gerne mag. Der erste Teil dieser Filme ist irgendwie nur rumwandern. Der zweite ist dann irgendwie nur so ein Actionkampf. Und allgemein ist einfach in diesen beiden Filmen für mich zu wenig Magie da. Also, es geht wirklich nur noch um Action. Das ist so für mich so eine unnötige Geldmacherei mit zwei Filmen. Ne, also, die haben dann einfach zwei Filme draus gemacht, um es nochmal ein bisschen in die Länge zu ziehen. Naja, und wahrscheinlich, um dem Ganzen einen Abschluss zu geben, weil manche Sachen müssen ja schon auch in den Filmen erklärt werden. Ja, man muss natürlich viel erklären, das stimmt. Und es war auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die Zeit, wo man die letzten Bände immer zweimal gezeigt hat. Immer. Das war bei Tribute von Panem und Twilight auch so. Ja, und ich wollte gerade sagen, und bei Twilight so richtig random unnötig auch. Und dann, ich glaube, die dachten sich da. Musste man das hier natürlich auch machen. Genau. So habe ich mir das damals schon erklärt. Auf jeden Fall. Es war einfach so ein Trend, haben sie jetzt halt auch gemacht. Ich könnte es verstehen, wenn die beiden Filme, also die sind für mich nicht spektakulär. Es ist klar, man braucht die Erklärung, aber es ist einfach für mich. Einfach dieses Magische geht verloren. Und das finde ich eben auch so schade, weil es sind sieben Jahre. Die Zahl sieben ist besonders. Harry ist Rücken Nummer sieben. Sieben, 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 sieben. Geht verloren, wenn man sieben Punkt eins und sieben Punkt zwei draus macht. Das ist für mich Fuddel. Ja, und man muss dazu sagen, man kann ja auch Filme drehen, die so drei, dreieinhalb Stunden gehen, weil ich glaube, so Herr der Ringe-Teile sind doch auch so ultralang und Star Wars und so. Also ich glaube, man hätte das durchaus machen können, für die Kinos zu sagen, ja, okay, dann braucht man eine neue Filmrolle. Naja, dann machst du halt eine Pause, die setzen eine neue Filmrolle ein und dann geht es weiter. Also wie schwer kann das sein? Ich weiß es nicht. Es ist im Zweifel wahrscheinlich tatsächlich Geldmacherei, aber aus dem Grund, die du auch, also die Gründe, die du genannt hast, ist auch bei mir, Heiligtümer des Todes, auf dem letzten Platz gelandet. Ist einfach so. Es sind auch die Filme, die ich am wenigsten gesehen habe, die ich auch am wenigsten so, die geben mir nicht dieses cozy Harry Potter Gefühl, was ich so liebe. Nee, genau, das meine ich ja, dass es diesem Magie fehlt. Genau, und du guckst, also ich gucke das, es lief doch letztens, lief das nicht nochmal im Fernsehen, vielleicht ist es auch schon länger her, aber es lief auf jeden Fall, ich habe reingeschaltet und habe mir da dann schon gedacht, oh nee, brauchst du jetzt nicht. Und das ist ja nicht, also für Harry Potter ist das kein gutes Zeichen, leider. Ja. Wer ist bei dir denn auf dem sechsten Platz? Der Halbblutprinz. Das ist bei mir auf dem sechsten Platz. Naja, es ist spannend, weil ich habe auch lange überlegt, ob er bei mir der sechste oder der fünfte wird. Das ist jetzt bei mir der fünfte. Auf dem sechsten Platz habe ich den Feuerkelch. What? Da unterscheiden wir uns aber sehr krass. Ja, weil ich liebe ja das Buch. Es ist mein Lieblingsbuch. Und der Film ist einfach so enttäuschend, weil die haben so viel weggelassen. Es wird einfach gar nichts erklärt. Ich frage jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, ich habe nur die Filme geguckt, denke ich mir so, ja, okay, dann erklär mir mal die Verhandlung des vierten Films. Und dann fangen die an mit, ja, also der Todesser, Barty Crouch Senior ist zu Voldemort zurückgekehrt. Ich so, ja, und wo war der? Und wie ist der überhaupt ausgebrochen? Und wie ist er denn zu Voldemort gekommen? Ja, und das kann mir keiner erklären. Ja, woher denn auch? Das funktioniert ja nicht. Aber das ist genau das Gleiche, wenn du nur die Filme gesehen hast, finde ich, ist auch der sechste Teil schwierig nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Ja. Also ich habe jetzt heute tatsächlich in den Sechsten nochmal reingeschaut, während ich so aufgeräumt habe. Und ich habe dann das geguckt und dachte mir auch so, ja, aber also eigentlich brauchst du mehr Background-Wissen über dieses Halbblutprinz-Buch, Slughorn allgemein, dieses, das Einblenden von diesen Erinnerungen und so, finde ich so verwirrend, wenn du, also wie sie es auch im Film dargestellt haben, dann finde ich auch dieses, diese Romanze zwischen Ron und Lavender und so, dieses Hermine-Ron-Ding, dieses Dreiecksgedüns, finde ich super anstrengend und weil es irgendwie nicht so wie im Buch so, also für mich ist das so ein abgesonderter Teil, der so mit dieser düsteren Stimmung gar nicht so zusammenpasst und das wirkt für mich so zusammengeschustert, dieser sechste Teil und so düster und so wenig, auch wieder so wenig cozy Harry Potter hat, natürlich auch dem Thema geschuldet, dass Voldemort da auf dem Vormarsch ist und Draco da so ein Problem hatte mit seinem scheiß Schwindelkabinett, aber also und dann mit der dunklen Höhle, also ich mag den Film nicht und ich habe auch das Gefühl, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, dass du auch da Probleme hast. Das stimme ich dir zu. Deswegen war es bei mir, wie gesagt, auch super knapp, ob es nicht doch der Halbblutprinz ist. Ich finde den Film leider auch sehr schwach im Vergleich zum Buch, weil ich weiß, auch im Buch passiert nicht so super viel, aber es gibt halt einfach super viele interessante Background-Stories zu Tom Riddle. Und die fand ich im Buch, ich fand es total spannend, endlich mal mehr über diesen Typen zu erfahren und sein Leben kennenzulernen und was steckt überhaupt alles dahinter und so. Das fand ich im Buch mega spannend. Der Film ist halt eher langweilig. Ja, da fällt das ja auch alles weg. Genau, die Ausschnitte, die gezeigt werden, sind viel zu kurz. Es geht so bam, bam, bam. Genau. Und man blickt überhaupt nicht durch, außer man, wie gesagt, man kennt das Buch, dann weiß man wenigstens, worüber da gerade geredet wird. Genau. Und die Sachen, die nicht wichtig sind, so dieses alle stehen auf Harry und Romilda Vane und so, ist viel zu lang. Wo ich mir denke, hey, die wesentlichen Sachen, das, was wichtig ist, das habt ihr nicht mal reingepackt. Und nur weil ihr jetzt denkt, das ist so ein Teenie-Film, muss da so unnötige Liebe mit rein. Stimme ich dir zu, ist es einfach, die falschen Stellen sind zu intensiv beschrieben. Und diese cringen Momente zwischen Harry und Ginny oder so. Also im Prinzip finde ich, wenn dieser Film nicht gerade düster ist, weil die Stimmung das so hergibt, dann ist es cringe. Ja. Du hast nur diese zwei Sachen. Es ist düster oder es ist total unangenehm anzuschauen, weil auch Hermine, also das ist aber Emma Watson geschuldet, wahrscheinlich ihre Art zu spielen in dem sechsten Teil, ist auch so unangenehm. Deshalb schon allein, das ist der Grund, warum wir eine Filmbesprechung machen müssen. Ja. Ist ganz häufig ganz unangenehm. Und du guckst das, ich meine, jetzt habe ich den Film bestimmt auch achtmal gesehen oder so, und dann gucke ich da hin und denke mir so, und dann kommt wieder irgendwas, wo du denkst so, oh Mann, das bedrückt mich so sehr. Also deshalb ist es nicht mein Lieblingsfilm. Und ich finde es halt schade, weil dass die Stimmung schlechter wird, das ist ja logisch. Ja, ja, klar. Aber ich finde, im Buch wird die Stimmung immer noch ein bisschen aufgehellt, zum Beispiel durch Fred und George Laden. Und das geht halt im Film auch voll verloren. Ja, total. Weil selbst der Laden ist irgendwie, ich habe es mir halt irgendwie geiler vorgestellt. Und das war halt alles so ein bisschen, ja. Ja. Es ist schade eigentlich. Aber wie gesagt, ich finde den vierten noch schlimmer, weil das für mich einfach überhaupt logisch gar keinen Sinn macht, weil ich finde, die wichtigen Stellen wurden rausgelassen, alles mit Winky. Ich glaube, Marty Crouch ist Juniors Geschichte. Alles weggelassen. Das Buch ist natürlich auch viel dicker. Logisch müssen die da Sachen weglassen. Aber ich finde auch super, ich habe mich so auf Ludo Bagman gefreut, weggestrichen. Es fehlt mir einfach was in diesem Film. Und ich frage mich immer, warum haben die eigentlich alle lange Haare? Also die sehen halt auch noch alle so doof aus in diesem Film. Das ist tatsächlich der, naja, ich sage euch später, warum ich meine Platzierung für den Feuerkelch so gemacht habe oder nicht. Dann nehme ich das jetzt nicht schon vorweg. Ja, aber dann musst du uns jetzt noch deinen fünften Platz verraten, weil ich habe ja schon gesagt, dass es bei mir der Heilblutprinz ist. Ja, genau. Mein fünfter Platz ist der Orden des Phönix. Ah ja. Ich mag das Buch nicht. Weniger wegen, wie es geschrieben ist. Ich mag einfach diese Geschichte um Umbridge nicht rum. Also es stört mich einfach. Also ich genieße das nicht. Und so ist auch der Film. Also den Film an sich finde ich ist okay, aber da mich die Storyline da nicht so catcht von all dem, was wir sonst noch so aus den sieben Bänden, dann kriegt das mein fünfter Platz. Ja, das kann ich verstehen. Das ist bei mir der vierte Platz, weil ich tendenziell auch das Buch nicht so gut finde. Also das würde ich dann wahrscheinlich auch eher weiter runterordnen. Ich finde aber tatsächlich, dass der Film gerade im Vergleich zum Buch, was ich ja nicht so mag, noch relativ unterhaltsam ist. Ja, das stimmt. Das Buch zieht sich halt total. Ja, aber irgendwie ist der Film mit Umbridge und der Umsetzung schon entertaining. Also man hasst sie natürlich. Ja, aber es ist einfach gut gemacht. Also ich finde, es gibt halt da so viele kleine Tricks und Kniffe, was du mir zum Beispiel letztens erst erzählt hast mit dieser Katze, die den Serious im Feuer verrät oder so. Oder auch Umbridge Outfits, die irgendwie immer so dunkelpinker werden und so. Also ich finde, das ist schon filmisch, finde ich das schon ganz gut gelöst. Was ich daran nicht so mag, sind diese Slapstick-Nummern so mit Filch und so. Ich habe, haben wir aber in Filch-Folge auch schon mal gesagt, dass ich Filch in den Filmen ganz schlecht dargestellt finde, weil es für mich eigentlich eher ein Gruselcharakter ist und in den Filmen eher so eine Lachnummer. Ja. Und was ich super schade finde am fünften Film und das ist wirklich, das ist so traurig, ist, dass sie diese spannenden Abteilungen im Ministerium, in der Mysteriumsabteilung weggelassen haben. Das stimmt. Also es gibt nicht diesen Liebesraum, es gibt nicht den Zeitraum. Den Tentakelraum gibt es auch. Ja, das war einfach, das war im Buch so spannend und so absurd auch alles und so. Und das, das fehlt mir halt leider sehr. Ja. Und so dieser Kampf zwischen Dumbledore und Voldy, der ist zwar episch am Ende, aber auch nicht so richtig befriedigend. Nein. Und das ist ja auch, das ist ja auch mit dem ganzen CGI und so, also ich weiß ja nicht. Also das Einzige, was mir daran ganz gut gefällt, ist, dass wir dann filmisch dargestellt bekommen, dass eben Dumbledore diese Elementenmagie so gut beherrscht. Ist halt ein großartiger Kampf, aber das sollte nicht das Highlight sein. Ja. Und Props an Daniel Radcliffe in diesem Film. Ach so. Ich muss sagen, der hat mich die Filme davor nicht so richtig gecatcht und ich finde, er ist in ganz vielen Filmen, zum Beispiel im Halbblutprinz, da finde ich ihn unerträglich, aber im fünften Teil gerade so am Ende, Sirius stirbt, dann dringt Voldemort so in ihn ein und so. Stimmt, ja. Also wow, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und das hat er wirklich richtig, richtig gut gespielt einfach. Ja, dann sage ich euch meinen vierten Platz. Also im Prinzip würde ich es gerne höher ranken, geht aber nicht auf, wenn ich jeden Platz besetzen soll, ist bei mir Kammer des Schreckens tatsächlich. Ah, okay. Oh ja. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich habe angefangen, die ersten drei zu machen. Dann wusste ich ja auch schon unten, wie ich das meine mit dem Ranking. Und dann ist einfach die goldene Mitte in meinem Leben, muss halt die Kammer des Schreckens sein. Ist einfach so. Ja, aber da sind wir auch relativ ähnlich wieder. Ich habe ihn auf dem dritten Platz. Ist ja lustig. Ja, ist wirklich so. Weil ich finde, es ist für mich schon so ein Klassiker, weil es einfach so der zweite Film ist und Harry ist noch so klein und süß und irgendwie. Ich erinnere mich immer an diese Szene, wo Harry am Ende in der Kammer ist und dieser Basilisk da aus dem Wasser so rausschießt. Und das war so gefühlt der erste Jumpscare meines Lebens. Und ich finde es irgendwie ein bisschen cooler als viele andere Filme, weil es halt das erste Mal ist, dass es so ein bisschen düsterer wird. Der erste Teil war wirklich alles noch so Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen gefährlicher alles geworden. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, das mit dem Tagebuch ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Und hey, Tom Riddle, der Junge, ist ein Hottie. Also verdienter Platz drei, würde ich sagen. Mein Platz drei ist der Stein der Weisen. Ah, nein. Na doch. Feuerkelch ist bei dir so weit oben. Das ist ja schrecklich. Nee, ich erkläre das ja auch jetzt gleich. Okay, okay, okay. Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das so sehen. Ja. Steiner Weisen ist bei mir auf Platz drei. Ist wahrscheinlich der Film, wo ich am meisten mitsprechen kann, weil ich den am häufigsten gesehen habe. Nein, am zweithäufigsten. Bei Steiner Weisen ist halt, da ist fast alles drin. Eigentlich ist ja fast das ganze Buch umgesetzt worden. Und ich weiß nicht, die haben es gut umgesetzt und wir lernen das zum ersten Mal, diese magische Welt kennen. Und ja. Ich finde auch. Also ist bei mir Platz zwei. Wir sind echt. Das war uns alles verschoben. Ja. Nur wegen Feuerkelch. Ja, genau. Der hat's gecrashed. Der hat's gecrashed. Ja, ich finde, der Stein der Weisen ist einfach, ist einfach ein Klassiker. Ich finde, der Film ist halt besonders schön, einfach weil die Musik da so was Besonderes ist. und man ist das erste Mal in der Winkelgasse und man lernt die Orte alle das erste Mal kennen und Harry ist einfach süß und ich finde, das ist einfach so ein Wohlfühlfilm. Also man guckt den einfach und es ist schön, es ist aber auch spannend, aber es ist auch, ach, keine Ahnung, ich mag's einfach. Ich guck den saugern, auch wenn die alle noch so Babys sind. Na, das, genau deshalb guck ich das so gerne. Weil ich finde, dass das so ein schönes Alter ist, weil die sind wirklich süß. Also gerade Harry ist so, und auch Ron, die sind so süß. Das sind wirklich putzige Menschen, wirklich. Und auch Draco, wenn du weißt, was später aus ihm wird und dann guckst du ihn an und denkst, ach du kleiner Bengel, den willst du mal so in die Wange kneifen. Mein Platz 2 ist nämlich tatsächlich der Feuerkelch, weil ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass ich jetzt nicht, also ich habe diesen Vergleich mit den Büchern nicht bei jedem Film gezogen und wenn du nur den Film guckst, ich finde, der vierte Teil ist halt ziemlich entertaining, es passieren ziemlich viele Sachen. Wenn du nicht so viele Rückfragen hast. Ja, aber das ist das Buch schuld und nicht der Film. Ja, das kann sein, aber ich finde, sie haben es ganz, also das, was ich da sehe, das macht mir Spaß. Also gerade der vierte Teil. Aber die haben von der Quidditch-Weltmeisterschaft kein einziges Spiel gezeigt. Man sieht ja nicht mal, wie die richtig fliegen. Das ist alles so traurig. Ja, das stimmt, wenn man das jetzt jedes Mal, wenn man jede Szene vergleicht, dann ist man sehr enttäuscht, so wie du. Oder man guckt sich die sonnige Seite an, so wie ich. Dann ist man gut unterhalten. Ich finde das mit den Drachen cool. Dann ist das mit... Nein, aber die Drachenszene, dann reißt der sich los und ist weg. Und ich denke mir so, anstatt diese dumme Szene zu drehen, die es im Film gar nicht gibt, hättet ihr mal lieber was anderes zeigen können. Ja, das... Es ist so unlogisch, dass dieser Drache sich losreißt. Natürlich ist das unlogisch, aber ich habe mir nur den, ich habe nur, ich gucke den Film gerne. Ich gucke ihn gerne. Ich störe mich da überhaupt nicht so doll dran, außer ich denke so intensiv darüber nach wie du. Aber wahrscheinlich ist es bei dir, du hast all die Jahre so einen krassen Hass auf diesen Film entwickelt, dass du jetzt diesen Film nie wieder genießen kannst und ich bin einfach so open-minded und ich kann mir das angucken und muss mich nicht die ganze Zeit ärgern. Und an sich ist das, ich finde das ein unterhaltsamer Film irgendwie. und ich bin da auch nicht mit allem d'accord, aber man muss auch dazu sagen, bei mir ist es ja auch immer noch so, ich habe ja die Filme vorher gesehen. Das heißt, ich hatte nie, ich hatte, als ich das zum ersten Mal geguckt hatte, hatte ich auf keinen Fall diesen Vergleich. Der kam ja bei mir auch weitaus später erst, sodass ich mich ja jahrelang, als du dich schon geärgert hast, ich mich ja noch gar nicht geärgert habe. Ja, und vor allem, wenn man auch das Buch nicht kennt, dann stellt man sich ja auch viele Fragen nicht. Ja, genau. So, man akzeptiert einfach, dass Barty Crouch aus dem Gefängnis geflohen ist und plötzlich da ist. Ja, genau. Das ist einfach, das akzeptiert man so. Ja, genau. Das mag sein, das stimmt, das sehe ich ein, dass du da einfach den Vorteil hattest, dass du das quasi nicht den Vergleich hattest, weil ich habe mich sau auf den vierten gefreut. Das war mein Lieblingsbuch und dann habe ich diesen hingeguckt und das war alles doof. Ja, da hätten sie aber dann, um das alles umzusetzen, was im vierten passiert, hätten sie einen Zweiteiler draus machen müssen. Ich meine, ich kann damit leben, dass sie Quidditch weglassen, ja. Aber dann, wie gesagt, so Szenen hinzuzufügen, die es halt gar nicht gibt im Buch, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Das ist künstlerische Freiheit, Antonia vom Regisseur. Ja, schmeckt das schon. So. Ich finde, das ist aber keine Freiheit, die man sich erlauben darf. Und deshalb ist Platz eins der Gefangene von Azkaban. Vor allem, das ist cool, weil wir das wieder gleich haben. Ja, genau. Aber den Gefangenen von Azkaban gucke ich einfach ganz besonders gerne. Den gucke ich tatsächlich einfach mal so random. Den habe ich locker schon an die 20 Mal geguckt, einfach weil der, ich weiß nicht, ich mag einfach alles da dran. Gibt nicht so viel auszusetzen. Gibt mir so richtige cozy Harry Potter-Vibes, wo ich einfach nur da sitze und so gucke und denke mir so. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie da, sind sie ja ungefähr 13, 14, nicht mehr so Babys sind. Und ich will mir nicht ständig... Genau, die werden älter, das ist schon mal ganz cool. Es ist nicht mehr so ein Kinderfilm. Kinder, Kinderfilm. Ja, ich finde auch, weil es ist super gute Stimmung, weil es einfach so geile Hogwarts-Vibes sind und Magie und Zeitumkehrer. Das ist alles cool. Aber es ist auch ein bisschen düsterer mit Dementoren, mit dem Werwolf. Aber cool sind die Tierwesen zum Beispiel wieder. Da hätten sie ein paar mehr noch, finde ich, mit einbauen können. Aber es tut nicht zur Handlung dabei. Klar, dass sie Hippogreife zeigen. Das Buch reicht ja schon. Ja, genau. Aber da finde ich, ist auch das mit dem Hippogreif und so, das finde ich irgendwie, also gerade mit Schnabel, finde ich einfach cool. Ja, und ich finde auch, der ist auch noch so ein bisschen lustig. Also da fängt ja so ein bisschen dieses Klamaukige an. Genau. Das finde ich aber in dem Band noch echt ganz lustig. Ja. Es wird einfach allgemein so ein bisschen ernster und es gibt halt auch ein paar neue Schauspieler und deswegen wird es auch irgendwie so ein bisschen spannender alles. Und ich gucke den auch wirklich unglaublich gern und der ist auch wirklich auch, ich finde auch, was so Magie angeht und ich meine, den ersten beiden wird irgendwie so wenig gezaubert. Stimmt. Aber in dem Film ist so dieses Magische, ist aber einfach wirklich gut umgesetzt mit dem Irrwicht, mit dem Patronus. Ja. Und das ist irgendwie einfach alles schön, schön anzugucken. Ja, und ich finde den, der ist sehr kurzweilig. Ja. Aber es ist doch gut, dass wir uns da einig sind. Ja. Jetzt bin ich aber natürlich auch gespannt, was euer Lieblingsfilm ist und wie ihr das gerankt hättet. Also schreibt es uns unbedingt mal in die Kommentare, gerne auch mal mit einer kurzen Begründung. Genau, dann gehen wir das mal durch. Das könnten wir dann ja durchgehen, wenn wir die Filme besprechen. Mhm. Da könnten wir uns ja immer so einen Kommentar raussuchen. Mhm. Die liebe Tatjana sagt, sie mag den zweiten Film am liebsten, weil sie lebt Schlangen und der Basilisk gehört zu Schlangen und deshalb findet sie ihn toll. Das war jetzt ein fiktiver Grund. Das finde ich total eine gute Geschichte auf jeden Fall. Äh, ja, boah. Mir ist witzigerweise aufgefallen, dass als ich mir dann die Lieblingsszenen rausgeschrieben habe, dass tatsächlich viele Szenen mir direkt als erstes eingefallen sind von Filmen, die ich eigentlich nicht so mag. Also zum Beispiel von den letzten Filmen oder auch von Feuerkelch tatsächlich. Das fand ich dann irgendwie ganz witzig, weil ich mir dachte, eigentlich mag ich die Filme ja nicht. Aber es gibt doch in jedem Film ja irgendwie so ein paar besondere catchy Szenen, die einem auch irgendwie im Gedächtnis bleiben. Also ich habe die Filme zum Beispiel nicht extra nochmal geguckt. Ich meine, ich habe sie natürlich auch Millionen Mal geschaut, aber ich hatte einfach direkt zu jedem Film einen Moment, wo ich mir dachte, yo, diese Szene hat mich schon immer gecatcht, da kriege ich Gänsehaut oder die fand ich besonders cool gemacht oder witzig oder irgendwas. Also das hatte ich jetzt nicht, deshalb habe ich mal das durchgeguckt. Fand ich eigentlich ganz schön und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, das ist mir aufgefallen, dass bei fast jedem Film, ich habe die siebten jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, ich werde sie auch nicht gucken, fühle ich gerade nicht. Erst wenn wir bei der Folge sind. Ja genau, da gucke ich es dann nochmal richtig, weil ich mag eigentlich fast alle ersten Momente des Films, also wenn sie quasi den Film so Die Startszene? Ja, also beim ersten sowieso. Okay, ich muss, ich will mal kurz gucken, ob ich sie alle weiß. Also beim ersten ist ja klar, Harry ist unterm Schrank und wacht auf. Genau, also die Szene mag ich nicht, da ist zum Beispiel erst, wenn es in die Winkelgasse geht. Ja, aber warte, ich will nochmal kurz die Startszene nur gucken. Okay, dann sag ich. Der zweite Film, also beim dritten Film weiß ich es auch, da ist Harry unter der Decke und zaubert, Lumos Maxima. Genau. Beim vierten kriegt die Schlange da rum auf dem Friedhof. Nee, ja genau. Aber beim zweiten weiß ich es jetzt irgendwie gerade nicht. Harry öffnet die Augen und die Dörstels schreien rum. sind die nicht. Ach nee, das ist der erste. Nein, da sind die, da sind doch die Masons schon da fast eigentlich, oder? Beim zweiten. Den zweiten weiß ich nicht, wie der losgeht. Beim fünften sind die da unterwegs auf dem Spielplatz mit, da sitzt Harry auf der Schaukel. Ja, auch mit Daddy Mats und im sechsten. Ist das da, wo Narcissa und Baladzik in Spinner's End landen? Ja, weil das Kapitel mit dem Mogelminister ist weggestrichen aus dem Film. Oh ja. Und beim siebten, keine Ahnung. Beim siebten ist es... Sieben eins wäre dann ja... Weiß ich nicht. Also müssten sie ja nicht im Fuchsbau sein wegen der Wedding? Also das Buch fängt so an, dass Harry in seinem Zimmer ist und er hat halbherzig seinen Koffer gepackt und schneidet sich an den Spiegel. Ja, der muss auf jeden Fall irgendwie bei den Dursleys sein. Das ist irgendwas mit dem Abschied an den Dursleys, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so genau erinnern, wie es startet. Und sieben zwei fängt, glaube ich, dann bei... Mit dem Friedhof bei Dumbledore an. Oder nicht? Weil da ist Dobby doch gerade gestorben. Ja, aber es endet doch mit der Szene, wo Voldemort den Zauberstab von Dumbledores Grab klaut. Ach so. Ich dachte, es endet mit Dobbys Tod. Guck, ich habe den nicht so heftig geguckt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es auch der Start vom zweiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir werden... Also auf jeden Fall... Also Momente, die mir aus den Filmen einfallen, die ich ganz besonders gerne mag, sind häufig sehr nah am Anfang. Das wollte ich eigentlich sagen. Ist nicht die erste Sequenz. Ja. Aber beim ersten Film ist bei mir auch auf jeden Fall Winkelgasse. Ja, total. Das erste Mal durch diese Passage da gehen, in die Winkelgasse rein. Man kann voll viel entdecken. Es ist so Magie pur. Die Musik ist einfach mega krass. Und ich finde, man kann so richtig mit Harry mitfühlen. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Und alles packt ein. Und man will am liebsten alles anfassen und überall reingehen. Und das kriege ich ja schon Gänseit, wenn ich daran denke. Ich finde es einfach ganz toll. Wobei man dazu sagen muss, ich finde gerade das so cool, weil die ersten beiden Filme hat ja noch Chris Columbus gemacht. Und da ist die Winkelgasse natürlich auch ein bisschen anders. Später sind das ja andere Regisseure. Und da tragen die ja alle tatsächlich so Hexenumhänge und auch Hüte. Also die sehen tatsächlich so Hexenmäßig aus und tragen eigentlich eher wenig Straßenkleidung. Da ist, wie wir sie kennen, also Muggelkleidung, da ist Harry ja eigentlich relativ auffällig. Tatsächlich. Später ja nicht mehr, ab dem dritten. Stimmt. Also ich finde, das ist gerade so dieser, wenn du das als Einstieg nimmst in diese Zaubererwelt, in die Wizarding World, ist das halt schon ziemlich cool. Weil es halt wirklich so absonderlich ist. Und das erklärt ja auch, das hat ja eigentlich J.K. auch so geschrieben, dass dadurch, dass Voldemort ja tot ist, waren ja auch diese ganzen sonderbaren Leute unterwegs in diesen Hexenumhängen halt. Das haben die ja nicht zur Feier des Tages, weil Voldemort angeblich tot ist, angezogen, sondern weil die sich so kleiden, Hexen und Zauberer. Lucius Malfoy wäre in der Muggelwelt ja auch ganz merkwürdig gekleidet. Also übertrieben gekleidet. Eine sehr, sehr fein, aber ach. Ja, oder auch ein Dumbledore oder ein Fudge. Die sind alle so super strange eigentlich gekleidet. Ja, genau. Es kommt in den Filmen ab Teil 3 einfach nicht mehr so rüber, weil die da einfach viel so Muggelkleidung tragen. Und das halt im Ersten und das finde ich halt so cool, weil es einfach nochmal unterstreicht, dass wir uns jetzt in einer anderen Welt befinden. Und das gefällt mir so gut. Das stimmt. Also ich mag mehrere kleinere, ist mir aufgefallen. Aber was mir zum Beispiel gut in Erinnerung geblieben ist, ist auch in der Winkelgasse, wo er bei Ollivanders ist. Erstmal mag ich die deutsche Synchronstimme von Ollivander auf irgendeine ganz merkwürdige Art und Weise, weil sie die Stimme von Ollivander auch aus Lemony Snicket ist. Mhm. Keine Ahnung. Kann sein. Da spricht er, glaube ich, den Onkel. Doch, du hast das geguckt. Wir haben das zusammen geguckt. Ja, aber ich kann mich an die Stimme nicht mehr erinnern. Ach, die ist so markant. deshalb. Und dann sucht er den Zauberstab hier so raus und dann gibt er den Harry in die Hand und Harry steht einfach nur, das ist so, wie so ein Muggel steht er einfach da mit dem Zauberstab in der Hand und guckt so nach vorne und Ollivander sagt dann noch so, äh, sie müssen ihn schwingen und dann, dann macht er einfach nur so blub. Das ist einfach so ein Muggel-Moment, den finde ich so süß und weil Harry noch so klein ist, finde ich den so putzig und dann sieht er, der ist noch so naiv und hat keine Ahnung, was das bedeutet und was da jetzt passiert und das, das mag ich einfach so gerne, weil es einfach so cute ist. Ja, das verstehe ich, Ja. Und es gibt später noch die Stelle, ähm, aber die gibt, die ist voll bekannt, glaube ich auch, wo er dann in Hogwarts schon am Fenster sitzt in der ersten Nacht so voll humble mit Hedwig da und so rausguckt und so. Ja, wo man es dann so raus, da geht dann die Kamera so aus dem Fenster raus, ne? Das finde ich auch gut, weil sonst, keine Ahnung, gibt es viele Sachen, die ich gut finde. Ja, auf jeden Fall. Hast du eine Lieblingsszene im zweiten Film? Ich mag am zweiten, wir lernen da ja zum ersten Mal den Fuchsbau kennen, das finde ich richtig cool, weil ich mag den Fuchsbau total gerne. Aber ich finde, man sieht relativ wenig davon am zweiten Teil, also später mal mehr. Das stimmt, aber mir hat insofern gut gefallen, weil ich muss ja jetzt nicht mehr auf die Handlungen achten und auf die Leute, die da spielen. Du kannst, also ich und alle, die das schon tausend Mal gesehen haben, du kannst halt so rumgucken und musst dich nicht so auf die Handlungen fokussieren. Da siehst du schon eigentlich relativ viel und irgendwie ist das, ist das da so bunt, chaotisch und so. Das hat mir richtig gut gefallen. Das stimmt. Weil ich den zweiten Jahr vor zwei Tagen nochmal geguckt habe oder gestern, vorgestern, ich weiß nicht genau. Ich liebe auch die Stelle, wo Dobby befreit wird, weil Lucius Malfoy einfach, das ist aber nur ein Film, Moment, richtig random Harry dann umbringen will, weil er so anfängt, du hast mich auf meinen Diener gebracht, Avada. Und dann wird er unterbrochen. Und die werden Harry Potter nichts tun. Und dann, dann liegt danach Lucius Malfoy richtig unwürdig auf dem Boden. Also Lucius Malfoy fliegt nicht einfach auf dem Boden wegen so einem random Moment. Lucius Malfoy würde vor dem Büro von Dumbledore niemals einfach Harry Potter töten. also wollen. Vor allen Dingen wegen einem Hauself. Das ist so richtig doof, diese Szene. Also das ist so richtig, also da hat der Drehbuchautor einfach überhaupt nicht mitgedacht. Und J.K. wird da ja wohl noch ihre Finger im Spiel gehabt haben. Ja, J.K. wird da sitzen und meint so, äh, und die alle so, nein, nein, das ist super so, okay, tschüss, Action, ciao, cut. Das ist ein richtig guter Effekt. Und Lucius Malfoy, der ist ja ein Todesser, das merken wir ja später, der ist ja böse und böse machen immer Avada Kedavra. Das ist ein totaler Quatsch. Das war bestimmt, J.K. war krank und dann haben die sich gedacht, ah ja, hier, Jason Isaacs wollte wieder irgendwie improvisieren und irgendwie noch sagen, ja, ich greife jetzt Harry an. Dann haben sie J.K. kurz angerufen, sag uns mal den schlimmsten Zauberspruch, den jemand sagen kann. Und sie so, Avada Kedavra und dann die so, Avada. Und ich dachte mir so, nee, es ist nicht Voldemort, hallo. Und dann haben sie Jason Isaacs unnötig eine künstlerische Freiheit gelassen und der hat sich gar nicht genug befasst. Naja, egal. Auf jeden Fall, das liebe ich, weil ich so richtig, also für mich ist es total witzig, für Leute, die diesen Hintergrund nicht haben, natürlich nicht. Die denken, das wäre eine normale Szene. Ja, das finde ich auch lustig. Was mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung ist, ist, dass die Schauspieler von Crabbe und Goyle diese Verwandlung von Harry und Ron mit Vielsaft trank als sie selbst, finde ich mega gut, weil man einfach voll erkennt, wer ist Harry und wer ist Ron. Dabei sehen sie aus wie Crabbe und Goyle und es sind ja auch die Schauspieler von Crabbe und Goyle und ich finde, das ist einfach gerade in diesem jungen Alter, finde ich das mega die Leistung, wie die das rübergebracht haben. Auf jeden Fall. Und im dritten Teil? Im dritten Teil habe ich sehr viele Lieblingsmomente. Ich finde den Flug mit Seidenschnabel toll, den hattest du ja eben auch schon mal erwähnt. Aber auch die Fahrt mit dem fahrenden Ritter. Ja, die liebe ich. Die finde ich so geil. Ich finde auch diesen Schrumpfkopf mega, das ist ja auch eine Erfindung von einem Film, den gibt es ja im Buch gar nicht und finde ich super unterhaltsam. Ich liebe auch Stan Shandpeak in dem Moment, weil der so bescheuert rüberkommt. Der ist schon eine Nummer, ja. Und ich mir dann auch immer denke so, das ist der Typ, der später mal ein Greifer wird. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Aber für den dritten, für diesen Einstieg da, was machst du da am Boden? Ich bin hingefallen. Wozu bist du hingefallen? Was ist das für eine Unterhaltung? Das ist so geil. Ich liebe das. Ja. Stan ist einfach so richtig ein bisschen, der ist ein bisschen beschränkt. Ja, total. Aber es ist wirklich lustig. Nee, genau. Finde ich auch. Aber ich mag auch diese Szenen mit dem Irrwichtskampf bei Lupin, das haben die auch richtig gut dargestellt. Ich finde auch die Sachen alle bedrohlich so. Also es ist schon ein gruseliger Moment, aber einfach durch die Stimmung voll schön und sehr aufgelockert durch Lupin. Also ich finde es genau richtig, die Stimmung da. Genau. Und die Karte des Rumtreibers finde ich halt auch mega cool gemacht und einfach auch wieder so ein super magisches Element und ich liebe es. Ich liebe auch Wahrsagen, also eigentlich alle Stunden, die sie haben. Ja, Trelawney ist halt auch einfach der Knüller. Erweitert euren Horizont. Und ich liebe es, wie Ron da so wirkt. Ich weiß, in den Filmen haben sie ihn immer dargestellt, als er in den Büchern ist. Aber gerade im dritten Teil finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil ich diesen Film und die Stimmung da so gerne mag, dass ich auch nicht das Gefühl habe, oh, das ist Harry Potters dummer, bester Freund, sondern es ist einfach, weil er, wenn er dann so aus der Tasse liest und sagt, naja, das hier steht für Leiden und Prüfungen und das hier für große Freude. Und dann ist seine Schlussfolgerung, du wirst leiden und dich da unheimlich drüber freuen und wie er das sagt. Aber das ist im Buch auch. Ich weiß, aber wie. Aber ich glaube andersrum. Ich glaube, das sagt Harry to Ron. Genau. Aber wie Rupert Grint in dem Moment mit diesen unnötigen, auch der hat da ja auch schon so längere Haare, finde ich einfach witzig. Da könnte ich mich kringeln. Er hat auch einfach eine super Mimik einfach der Typ. Ja, ja, genau. Aber ich finde auch zum Beispiel die Stelle, wo Hermine Draco vermöbelt, richtig gut dargestellt, weil das ist auch im Film, ist es so ein bisschen größer als im Buch. Im Buch ist es nur so ein Nebenbei-Ding und im Film ist es aber einfach richtig cool und einfach, ich finde es einfach eine richtig witzige Sache, wie Hermine ihm da so richtig ins Gesicht schlägt. Und auch richtig notwendig einfach. Es musste auch mal sein. Aber was ich auch noch cool gemacht finde, ist, ich meine, ich fand das, es ist ja sehr kompliziert darzustellen, diese Zeitreise. Und ich finde, die haben es ganz geschickt gemacht, dadurch, dass sie sich ja selber immer beobachten. Und Hermine ja aber schon beim ersten Mal, also bevor wir wissen, es passiert eine Zeitreise, ja schon irgendwie immer so was ahnt. Also sie dreht sich dann einmal so bei diesen Kürbissen so um, weil sie irgendwie was hört hinter sich im Wald. Und später sind es dann ja Harry und Hermine, die sich selber ja beobachten an den Kürbissen. und Hermine sagt ja in dem Moment so, so sieht meine Frisur von hinten aus. Und sie sieht einfach ganz normal aus und überhaupt nicht schlimm. Ja, genau. Aber ich finde das halt so witzig, weil auch, dass sie dann diesen Stein noch werfen, damit diese Vase kaputt geht und so. Also es ist einfach schon richtig gut gemacht. So ein bisschen Foreshadowing, aber eben auch nicht komplett, sondern nur so angedeutet. Also ich finde es schon grandios. Und für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, finde ich halt auch diesen Moment, ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, wie das im Buch ist, aber wo Harry dann kurz denkt, dass er seinen Vater sehen würde, finde ich halt irgendwie auch cool. Ja, das ist im Buch auch so. Ich finde allgemein, die Patroni sind mega cool dargestellt. Und ich mag auch diese sehr pathetische Szene zwischen Sirius und Harry, wo Harry dann sagt, und ich kann bei dir wohnen. Das ist einfach, ich mag halt total, weil Sirius da noch so runtergekommen ist. Der ist ja noch hier in seinem Full-Askabend-Dress und alles noch ziemlich hässlich. Und dann steht da so neben Harry und ich mag das einfach sehr gerne tatsächlich. Also in dem Moment mag ich Sirius auch sehr gerne. Ja, ich finde auch, Sirius ist im Film auch sehr gut dargestellt. Ach, Gary Oldman ist auch so cool. Obwohl er ja, das hatten wir aber in seiner Folge auch schon gesagt. Ich glaube, der ist älter, als Sirius eigentlich sein dürfte. Aber weil er ja auch in Azkaban ist, ist er ja auch verbraucht. Also ich finde, es passt, dass er auch älter aussieht, als er ist. Und ich finde Gary Oldman toll. Muss ich einfach sagen, der ist ein guter Schauspieler. Ja. Love it. Okay, dieser Teil hat viele Lieblingsmomente. Ja. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht. Also ich könnte wahrscheinlich noch weiter darüber reden, aber ... Wenn wir die Filme einzeln besprechen, dann können wir auf jeden Moment eingehen. Ja. Hast du was aus dem vierten Teil? Musst du? Ja, ist ja einer deiner Lieblingsmomente, ne? Ja, genau. Ich liebe die Haare da. Von allen, ne? Ja, ich nicht. Auch bei Fred und George, so richtig random, so richtig schulterlang. Weißt du was? Ich habe das letztens nochmal gelesen. Daniel Radcliffe wurde gefragt, warum die da alle so lange Haare haben. Und den wurde halt, die hatten ja auch quasi so Sommerferien, Drehpause. Und dann wurde denen immer gesagt, ihr dürft eure Haare nicht schneiden. Und wenn ihr dann quasi zum ersten Drehtag ans Set zurückkommt, dann werdet ihr so frisiert, wie eure Haare aussehen sollen in dem Film. Und damit die eben mehr Spielraum haben, sollten die halt über den Sommer hinweg die Haare immer lang wachsen lassen. Und das haben die halt auch alle gemacht. Und dann kamen die halt alle mit diesen zotteligen, langen, unfrisierten Haaren. Ich meine, das kannst du ja auch nicht Frisur nennen, was sie da haben. Das ist ja einfach nur so lang gewachsen. Und dann fanden das die Make-up-Artists und der Regisseur und alle fanden das aber gut so und dachten sich so, das lassen wir jetzt bei allen. Ja, ich weiß. Alle haben plötzlich lange Haare. Also ich liebe das. Ich finde das richtig witzig. Weil das auch so null... So ein Hogwarts-Trend. Ja, und das sieht so null aus, als ob sich jemand Gedanken über die Frisur gemacht hat. Ja, aber ich frage mich halt immer, hallo Harry ist dafür bekannt, dass er verzottelte, strubbelige Haare hat. Der hat die da schön glatt frisiert. Ja, also das sieht doch... Das sieht doch nicht aus nach zerstrubbelt und unkontrollierbar. Ja, das stimmt wohl. Naja, also ich liebe zum Beispiel in diesem Film... Also lieben tue ich diese ganzen Aufgaben jetzt nicht. Aber in welchem Moment ich sehr liebe, ist, als Ron seinen Umhang geschickt bekommt. Das ist einfach so lustig. Weil er freut sich ja erst, dass Molly ihm was schickt. Dann macht er das so auf und dann sieht er so, ah Ginny, das muss für dich sein. Und dann sie so, nee, das ist dein Festumhang und das ist einfach ein Kleid. Aber das ist alles auch original Buch, ne, darf man nicht vergessen. Das ist genauso... Ja, und das ist total lustig, weil sie es auch gut umgesetzt haben. Es gibt nichts zu meckern. Also der Umhang ist schon hässlich schön, ja, das finde ich auch. Es ist halt total lustig anzugucken, weil Rupert Grint da halt auch wieder so richtig geil guckt mit seinem Gesicht. Das ist einfach so richtig gut. Und ich liebe auch die Szene, wo Ron und McGonagall tanzen. Sie fordert ihn dann ja so auf. Und dann sagt sie so, ja, und jetzt legen sie die Hand auf meine Hüfte. Wohin? Auf meine Hüfte. Und dann geht es ja auch schon los. Und dann beugen sich so Fred und George zu Harry. Und Harry sagt dann so, das lässt sie ihn niemals vergessen. Und natürlich lassen sie ihn das nicht vergessen. Naja, aber es wird auch nie wieder erwähnt, ne? Wo muss man auch dazu sagen? Naja, wer weiß, hinter geschlossenen Türen. Ja, das stimmt. Ne, das stimmt. Diese Tanzszene ist wirklich ganz lustig. Genau, und ich mag zum Beispiel auch total, dass Neville dann da seinen Magic Moment hat mit dem Tanzen. Es ist halt nur so was Kleines und hat nichts mit der Handlung zu tun. Aber ich finde es einfach hübsch anzugucken. Ist einfach so. Okay, aber wie gesagt, das sind jetzt auch alles Sachen, die es jetzt auch im Buch so gibt. Deswegen ist es quasi einfach nur gut dargestellt. Dargestellt, ja. Umgesetzt, das ist, was es eh schon gab. Was ich im vierten Teil aber ganz besonders krass finde, was man jetzt im Buch nicht so hat, ist diese Wiederkehr von Harry und dem toten Cedric aus dem Labyrinth. Mhm. Also die ist ja, da ist ja vorher schon diese Musik von der Aufgabe, diese Marschmusik und so, die ist vorher. Genau. Und da ist man auch so richtig in Stimmung. Und denkt sich so, jawohl. Und man will direkt mit Danzen und denkt sich so, und dann kommen die zurück und es ist einfach genau die gleiche Musik. Aber dadurch, dass alles so schlimm ist, wird die richtig schlimm, diese Musik. Die klingt einfach total schrecklich, so Horrorfilm-mäßig. Und man denkt sich so, die ist völlig deplatziert hier, weil es ist alles ganz schlimm und diese komische glückliche Musik. Und dann sieht man, wie Amos so schreit und Harry, der sich so an Cedric festklammert. Das ist auch wieder so ein Gänsehaut-Moment. Und ich finde, das ist so gut gefilmt und so gut dargestellt. Und auch mit der Musik. Und ich finde es einfach, das ist wirklich richtig, richtig gut. Und das kannst du im Buch einfach auch nicht so zeigen oder beschreiben, wie es letztendlich der Film geschafft hat. Das finde ich schon krass. Gut, aber da zum Beispiel liebe ich auch die Darstellung von Barty Crouch Jr. durch den Schauspieler. Ich habe vergessen, wie er da heißt. Das mit diesen... Ja, stimmt. Das ist auch eine gute Idee gewesen. Aber ich finde es dadurch ein bisschen auffällig und dadurch geht ja auch so ein bisschen diese ganze Handlung auch ein bisschen flöten, weil er sich ja quasi vor seinem eigenen Vater verrät, indem er das macht als Moody. Ja, das stimmt. Aber wenn... Aber ich weiß nicht. Also ich finde das... Ich mag halt auch den Schauspieler total gerne. Das muss man auch dazu sagen. Ist ja auch einer der Doktoren aus Doctor Who. Ich finde den Schauspieler... Ich finde die meisten Schauspieler finde ich mega. So daran soll es einem Film gar nicht scheitern. Die Umsetzung... Ja, außer Arthur Weasley. Ich bin kein Fan von Arthur Weasley. Den mag ich auch ganz gerne. Wen ich nicht so gerne mag, ist tatsächlich Robert Pattinson. Ich mochte den schon nicht so gerne als Cedric. Aber ich finde, er ist ein guter Cedric. Ja, Mom, ich fand den... Ich fand... Hat mich nicht gecatcht, der Mann. Weder als Edward noch als Cedric. Bei Twilight kam relativ nah, aber hat mich beides nicht so abgeholt. Ja, ist ja auch okay. Aber was ich richtig cool finde im Film, ist die Band am Weihnachtsbein. Das sind einfach... Das ist auch wieder so eine magische Band. Das sind so kreative, magische Instrumente. Also die sagen irgendwie so ein... Die haben dann so irgendwie extra Griffe und extra Sachen. Sieht einfach cool aus. Stimmt. Das ist so ein richtig cooles Magical-Rock-Lied. Alle gehen ab. Ich finde es richtig gute Stimmung und das Lied ist auch richtig catchy und geil und I love it. Ich könnte es mir jeden Tag anhören. Can you dance like a hippogriff? Na, 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 na. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt beim fünften Teil. Hast du da irgendwas, was dir gut gefällt? Ich nämlich nicht. Ich fange direkt mal an mit meiner Kritik. Ich weiß, es geht gerade gar nicht um Kritik, aber ich habe jetzt irgendwie überlegt, was finde ich gut. Weil die Dementoren sind im fünften Teil richtig doof dargestellt. Das habe ich nämlich gerade noch gelobt, die Stimmung und bla, im dritten Film. Und ich finde, im fünften Teil sind sie plötzlich doof geworden. Wieso? Ich finde, die sehen da nicht mehr so richtig dementorisch aus. Naja, erstens können die irgendwie anfassen. Die heben doch irgendwie... Das ist nämlich kein Dementor, was denen da begegnet. Ich finde es irgendwie doof. Stimmt, ja. Aber also als filmischen Effekt ist es natürlich beängstigend. Aber ja, stimmt. Am fünften mag ich die Trainings der DA tatsächlich ganz gerne, weil ich finde, das ist wieder viel Magie. Die üben da, da gibt es da so ein paar lustige Szenen. Also ich zum Beispiel finde die Szene, wo sie Stupor üben und Ron dann noch so gönnerhaft sagt zu Hermine und die Team da ja, ja, ich werde dich verschonen oder irgendwie sowas, sagt er und dann Hermine so und klar, Hermine gewinnt dieses Duell gegen Ron natürlich haushoch in dem Moment und Ron erzählt dann auch so, ja, ja, ich wollte nicht, ich kann sie ja nicht verlieren lassen. Ne, ne. Und auch Neville, finde ich, der da immer sein Expelliarmus übt und so und dann finde ich es halt einfach ganz cool gemacht. Also aus filmischer Sicht, weil sie es dann ja innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten alles zusammen, diese DA-Trainings zusammenpacken, immer. Das ist ja kurzweilig. Genau, kurze Sequenz DA, kurze Sequenz Inquisitionskommando, ne, immer hin und her und dann hast du dieses Wechselding und das finde ich einfach ganz cool gemacht und das ist super unterhaltsam eigentlich, weil die Trainings mal gut, mal schlecht laufen. Da ist zum Beispiel auch diese lustige Szene, wo das Inquisitionskommando um Draco und Filch rum dann ja im Besenschrank landen und da liegen die da so Kugeln, die da so übereinander auf dem Boden rum, ist halt in dem Moment ganz lustig und deshalb finde ich das im Fünften und sonst gibt es nicht so viel Lustiges im Fünften, weil Umbridge halt eine alte Hexe ist und die halt alles kacke macht. Ja, aber ich habe ja jetzt auch schon viele, meine Szene im vierten Band war ja sehr traurig, dramatisch, also ich finde jetzt, eine Lieblingsszene muss ja jetzt nichts Lustiges sein, aber ich finde auch, dieser Wechsel zwischen Inquisitionskommando und DA ist ganz gut gelungen und auch um zu verdeutlichen, dass Zeit verstreicht. Ja, ja, genau. Stimmt, ja. Dass es jetzt nicht nur ein Training ist, sondern dass es sich halt um mehrere Trainings handelt. Das haben die ganz gut gelöst, ja. Weil ich glaube, es wäre total merkwürdig, wenn sie das anders gemacht hätten und immer mal wieder zum DA-Training zurückgegangen wären, während da eine andere Handlung gerade besprochen wird. Also literarisch als Buch kannst du das, glaube ich, also hat Jake ja das ja so gemacht, das ist ja kein Problem, das kannst du ja drumherum gut erklären. Aber im Film, da gibt es ja keinen Sprecher aus dem Off, der dann sagt, ja und jetzt ist Tag 150 in Hogwarts. Ne, deshalb ist das ganz gut gemacht. Ja. Sind wir schon im Sechsten, ne? Ich habe dann keine, also ich habe da keine Lieblingsszene. Ich finde den Film wahnsinnig bedrückend und er zieht mich immer runter. Ja doch, ich muss sagen, ich finde halt die, die Szenen mit Horace Luckhorn finde ich irgendwie cool, weil ich finde den irgendwie putzig, finde das wieder eine sehr, sehr gute Besetzung. Ich finde es super lustig, wie er aus diesem Sessel steigt. Das habe ich mir genauso auch im Buch vorgestellt. Das haben die richtig gut gemacht, weil ich finde es eigentlich sehr schwierig, das umzusetzen. Ja, ganz am Anfang, als er sich als Sessel tarnt. Ja, genau. Und auch wie er da im Gewächshaus erwischt wird von Harry. Ja, das stimmt. Da diese Venomosa-Tentakula da klaut, das finde ich auch, das ist einfach witzig und der ist einfach, der hat so was unschuldig, hinterhältiges an sich und ich finde, das trifft es eigentlich bei ihm ganz gut und alle Szenen mit Slughorn genieße ich eigentlich sehr. Zum Beispiel auch, also diese Schlüsselszene, wo er da an Hagrids Tisch sitzt und Harry ihn überredet, die echte Erinnerung rauszurücken. Da sitzt er da so an diesem viel zu großen Tisch und sieht irgendwie so klein und putzig aus. Er ist ja nicht auch betrunken. Ja, genau. Diese Szenen mag ich wirklich sehr. Gut, und in 7.1 finde ich die Hochzeit tatsächlich ganz schön. Ja, sie wird halt schön angedeutet. Ich finde, sie kommt recht kurz rüber. Das stimmt, aber sie hätten es ja nicht noch länger machen können, die Filme wahrscheinlich. Das stimmt. Das verstehe ich schon, aber das ist so ein bisschen das, was ich meine. Jetzt sind es schon zwei Filme und das ist so ein bisschen wie beim vierten. Dann haben sie irgendwie Sachen so richtig lang ausgeschlachtet, die unnötig sind, anstatt halt einfach so coolere Sachen mit reinzunehmen. Ja. Ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das im ersten oder im zweiten Teil ist, ich finde auch die schauspielerische Leistung von Helena Bonham Carter, als sie sich selber spielt, also als sie quasi wie bei Crabbe und Goil, genau, Bellatrix Lestrange spielt, aber Hermine ja eigentlich Bellatrix Lestrange ist mit dem Vielsafttrank und das macht sie so gut. Mega. Das macht einfach echt Spaß auch anzuschauen. Aber ich finde, das machen auch die anderen gut dann später, wenn sie im Ministerium sind. Ja. Ach so. Ja, das. Und ich finde auch die Szene, wo Harry den Vielsafttrank nimmt und man merkt so richtig, wer ist Mandangas, wer ist Fleur, obwohl sie alle aussehen wie Harry. Genau, in der Nacht der sieben Potters, wo Daniel Radcliffe sieben verschiedene Harrys spielen muss. Richtig gut. Das stimmt. Also das ist schauspielerisch wirklich, also da denke ich manchmal so, ich meine, das war ja klar, weil die haben sich natürlich auch Top-Schauspieler zusammengesucht und dass so eine Helen Bonham Carter das perfekt macht, das war ja zu erwarten, aber gerade bei diesen Schauspielern, die sie sich als Kind zusammengecastet haben, da finde ich das immer so eine krasse Leistung. Also auch Daniel Radcliffe hat vorher schon mal geschauspielert, aber trotzdem finde ich das so, wer hätte das erwartet. Und Rupert Grint hat doch auch nicht vorher geschauspielert, ne? Nee, nee, genau, ja. Rupert Grint hat doch diesen Rap oder sowas geschrieben, ne? Eingeschickt als Video oder sowas, ne? Ja, genau. Ja, genau, da hättest du ja gar nicht wissen können, ob die zu Größerem beschaffen sind, aber waren sie ja tatsächlich alle drei und das ist sehr beeindruckend. Ja, tatsächlich, ja. Da wirklich Props an die Schauspieler, also da kann man sich nicht beschweren. In 7.2 der Moment, der mir auch immer im Kopf bleibt, den ich sehr gerne mag, tatsächlich ist, als Neville das Schwert von Gryffindor aufhebt und Nagini tötet. Es ist natürlich filmisch sehr CGI'd und sehr krass dargestellt, aber ich finde es cool gemacht und ich mag auch diesen Neville-Moment wieder ganz gerne, weil ich finde halt Neville ganz cool. Wobei ich es im Buch noch ein bisschen cooler finde, weil er wird ja vorher noch mal so richtig gedemütigt. Das kommt ja gar nicht so richtig rüber, weil Voldemort ja auch noch den Hut da in den Flammen setzt, den Neville trägt und so. Also das finde ich noch im Buch fast noch ein bisschen besser. Ich habe noch eine Lieblingsszene, die ich wirklich richtig liebe und ich weiß leider nicht mehr, ob es im Ersten oder im Zweiten ist. Ich glaube, es ist im Ersten, da wo Ron abhaut und Hermine und Harry da alleine in dem Zelt sind und diese Szene gibt es im Buch gar nicht und eigentlich mag ich das nicht, wenn da was dazu erfunden wird, aber ich finde diese Szene einfach für die Atmosphäre so schön, weil die tanzen dann ja zu Nick Cave. Der kommt ja aus dem Radio. Ja. Und ich liebe Nick Cave erstens. Das ist dieses Oh Children, dieses Lied. Finde ich auch richtig schönes Lied. Und das ist einfach ein richtig besonderer Moment, weil eigentlich alles gerade scheiße ist. Alles ist down. Aber irgendwie haben sie sich und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Und Harry tröstet Hermine irgendwie ja auch so ein bisschen dadurch. Und es ist aber für mich absolut gar nichts Romantisches daran, weil ganz viele interpretieren dann ja so Reihen so von wegen Harry und Hermine. Wo ich mir so denke, nein, da ist nichts Romantisches. Das ist einfach nur, um einfach nur einer Freundin ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und Daniel Radcliffe ist auch hier wieder super gut besetzt, weil er ist einfach so ein Harry. Ich glaube, er musste nicht mal Schauspielern. Ich glaube, der ist so. Sondern er ist einfach, er selbst, er hat so richtig schlechte Dance-Moves am Start, bringt Hermine aber dadurch zum Lachen. Und das finde ich irgendwie sau authentisch, saulustig. Und das Lied ist super traurig. Und die Stimmung kippt ja dann auch wieder ganz schnell. Naja, die Situation ist ja eigentlich auch total traurig, in der sie sich allgemein befinden. Es ist ja nur so ein kleiner Moment. Ich sag ja, es ist eine ganz traurige Situation. Und dann, genau, dieser kleine Moment, so ein kleiner, schöner Moment zwischendurch. Und danach kippt die Stimmung wieder. Aber ich lieb's. Ich finde es auch, also ich finde, das ist ein richtig schöner, emotionaler, aber überhaupt nichts mit Liebe. Nein. Finde ich einen richtig schönen Moment. Aber das ist ja häufig so, dass da Sachen rein interpretiert werden, die dann, ne, sich die Leute einfach wünschen, eine Romance. Aber die wäre total viel am Platz, ja. Ja, das stimmt. Was ich auch noch ganz cool fand im Film, da habe ich mich vorher auch immer gefragt, wie sie das wohl umsetzen wollen, ist diese Darstellung des Märchens, wie Hermine das erzählt. Das ist eine richtig coole Methode, so wie so ein bisschen so ein Schattenspiel. Weil ich mir so dachte, naja, wir wollen das machen. Hermine liest das dann vor, saulangweilig. Hätten die das jetzt irgendwie so mit echten Menschen gezeigt, hätte ich es saukitschig gefunden. Und so war es halt quasi wie so eine Erinnerung, die so aus den Worten von Hermine so entstehen. Und es war irgendwie überhaupt nicht kitschig. Sehr leicht verständlich, ganz schlicht gehalten. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut gelöst. Genau, also die Art und ich finde auch die Zeichnung an sich, also wie sie es gemacht haben, sehr hübsch und sehr passend. So ein bisschen mystisch, ja auch. Ja, genau. Ja, wow. Cool, ich finde es gut, dass wir doch so viel Positives gefunden haben. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich mache, wenn wir die Rubrik starten, einen Film, eine Folge, dann werde ich eine Rage-Liste führen, wie oft ich beim Filme gucken und dann auch beim Recherchieren und Aufschreiben geraged habe. Okay, dann bin ich ja gespannt. 90 Minuten Ragen mit Antonia. Ja, genau. So, dann haben wir noch ein bisschen Fanpost und diesmal von der lieben Klara. Süß. Hier ist eine Schokofroschkarte. Da ist Antonia drauf. Amba mit ihrem Kind. Also mein Kind hat jetzt auch einen. Das ist ja sehr geil. Amba und Antonia sind bekannt für ihren weltbesten Podcast und ihren Preis bei der Hexenwoche für den zauberhaften Podcast. Oh, das ist ja wirklich süß. So, hier ist nochmal Dobby. Ja, geilo. Wir lieben Dobby. Und hier ist so ein Slytherin-Armband, schätze ich. Ich habe vergessen, wie Loom, Loob. Oh, das weiß ich auch nicht, wie diese Dinger heißen. Sofern verfrankiert. Früher hatten wir Scooby-Doo. Das ist das neue Scooby-Doo. Liebe Amba, liebe Antonia, gleich vorab, ihr dürft den Brief vorlesen. Ich liebe euren Podcast. Meine Lieblingsfiguren sind Lily Evans und Nymphadora Tongs, aber auch Lupin. Meine Lieblingsfolgen sind von Snape und Lupin. Mein Lieblings-Emoji sind die bittenden Hände. Auch wie bei Antonia, die benutze ich auch immer. Oh, die benutze ich sehr oft, ja. Für euch habe ich ein lilanes Herz draufgeklebt, froschiger Charakter. Ich spiele Tennis und Klavier. Ich bin neugierig, lustig, klug und offen. Neugierig, lustig und klug. Ach komm, lass mal. Lass uns mal Rita Kimco annehmen. Kann die Tennis oder Klavier? Aber die kann schreiben. Ja, bestimmt. Das ist ja auch ein Talent. Genau. Ach, ich finde das witzig, weil neugierig ist sie allemal. Oh ja. Lustig weiß ich nicht, wie lustig. Also sie hält sich, glaube ich, für lustig. Aber das reicht ja auch. Sie hält sich, glaube ich, für sehr lustig. Ja. Frage für die Eulenpost. Mögt ihr Taylor Swift? Nope. Also es ist überhaupt nicht meine Musik. Äh, ich, äh, ich weiß nicht. Ich hab nicht so viel Meinung zu ihr. Ich find gut, was sie macht, wenn sie das gut findet, selber und glücklich ist. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich sie haten, aber ich hör's einfach nicht so. Das ist gar nicht meine Musik, ja. Also, ne, bei mir auch nicht. Kiss Mary Crucio, Tongs Lupin Kingsley, das find ich ein bisschen nicht so nett. Ich heirate Kingsley, ich küsse Tongs und Crucio Lupin, weil er ein Werwolf ist. Ich mach's genau so. Ich könnte ihn ja Crucio, während er ein Werwolf ist. Mhm. Find ich auch gut. Da fühlt er sich ja eh schon scheiße. Nochmal einen drauf. Ja, komm, ich muss ihn ja auch abwehren. Ne, ich weiß, wie du's meinst. Ja, machen wir so. Ihre Lieblingsrubik bei uns im Podcast ist Spion der Nächte, tatsächlich. Sie ist eine Ravenclaw. Hm. Und dann mach ich jetzt noch das letzte auf, von Sophie. Nein, Toni. Oh Gott. Das ist das Glühmste, was jemals, jemals passiert ist. Es ist eine Mütze. Es ist eine Baby-Kindermütze mit Harry-Potter-Stoff und es ist richtig schön gemacht. Sweet. Wenn ich nicht so einen Dickschädel hätte, würde ich sie selber tragen. Oh mein Gott, how cute. Mir passt die bestimmt. Sehr süß. Und den passenden Body dazu. Nein. Das ist so crazy. Oh, das ist ja wirklich süß. Oh mein Gott. Das ist bestimmt selbst genäht, ne? Ja. Warte, hier ist noch ein Brief. Ich hab dir auch was selbstgenähtes geschickt. Ja, das stimmt. Aber nicht so gut. Ich kann leider nicht so gut nähen wie diese Person, Sophia oder wer das war. Hallo Amber, hallo Antonia. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit, Mühe, Liebe, die ihr in den Podcast steckt. Amber, herzlichen Glückwunsch zum Baby. Ich habe dem Würmchen einen Body und eine Mütze genäht. Ich hoffe, die Sachen gefallen. Ja, das ist wirklich super lieb. Das ist wirklich super schön. Total passend. Ich hab extra etwas größer genäht. Ich wünsche euch eine schöne Anfangszeit und dass ihr euch als kleine Familie kennenlernen und zusammenfinden könnt. Ich bin selbst vor zweieinhalb Jahren Mama geworden und erinnere mich noch gut. Alles Liebe, Sophie. Sweet. Voll lieb. Das ist wirklich super lieb. Vielen Dank, Sophie. Nee, das ist echt, oh Mann ey, das ist so hübsch. Ich werde das aufbewahren, wenn wir das nicht mehr brauchen. Und wenn du deine Kinder kriegst, dann kannst du das auch haben. Ja. Weil das ist ja noch so ein, wobei das ist schon so ein Alter, da matschen die schon so rum. Wir halten das in Ehren, Antonia. Ja, auf jeden Fall. Das ist so putzig. Mega cool. Und du musst mir auf jeden Fall ein Foto schicken, wenn das in Benutzung ist. Ja, auf jeden Fall. Also die Mütze, Mütze wahrscheinlich schon eher, weil du kannst ja auch nochmal umschlagen und dann ist sie ja schon kleiner. Ich setze sie gleich mal auf. Das ist so cute. Oh mein Gott. Jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte. Richtig cool. Dann sollten wir jetzt zum Ende kommen. Ja, sollten wir. Es war wieder sehr schön mit dir, Antonia. Ja, wir hoffen, euch hat euch diese neue Idee, die wir hatten, diese innovative, herausragende Idee, über die Filme zu sprechen, gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob wir da mal intensiver drauf eingehen sollen. Ich finde, ja. Dann hoffen wir natürlich, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Die Chancen stehen gut. Ach ja, wenn Amber das sagt, dann ist das wohl so. Wir vertrauen auf Amber. Und dann sind wir nächste Woche wieder auf einer Schokofroschkarte zusammen unterwegs. Klingt, als würden wir surfen gehen. Ist auch okay für mich. Nein, eigentlich nicht. Ja. Gut. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Hi, ich bin... So sage ich das gar nicht. Aber du hast so schön deine Gestik oder so gemacht. Ich wollte das auch machen. Redet Marius mit dir? Ja. Ich habe da nicht gecheckt, dass ich aufnehme. Jenny Weasley. Unnötig. Okay. Unnötig. Aber guck mal, hätten wir damals mit YouTube angefangen, müssten wir auch nicht mehr arbeiten. Also ich würde nicht in Dubai leben, aber ich würde hier leben, aber wahrscheinlich müsste ich nicht zwingend arbeiten. Oder ich hätte mein eigenes Unternehmen und hätte Leute, die für mich arbeiten. Das wäre auch gut. Nur weil wir kein YouTube gemacht haben vor 15 Jahren. Wir haben es verkackt. So dumm, ey. Dass wir mal dein Hexenradio weitermachen sollen. Wir wollten doch immer die Steine machen. Warum haben wir das eigentlich nie getan? Warum wollten wir uns die Steine merken, äh, nennen? Ach, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir wollten, ich weiß, ich glaube, die Idee kam von mir und ich glaube, es war nicht so klug. Der Halbbrut, der Halbbrutprinz, ja, der brütet. Nein. Das ist nicht das richtige Wort, sondern Regisseur. Da so wirkt, ich weiß, sie haben ihn in den Büchern dümmer dargestellt, als er eigentlich ist, ja? Ja, nein, in den Filmen haben sie ihn dümmer dargestellt, als er ist. Äh, ja, genau. So romantisch in den Büchern haben sie, nein, in den Filmen haben sie ihn dümmer dargestellt, als er in den Büchern ist. Flying off from the crib. Yeah, yeah, yeah. Also ich liebe es. Ja, also wenn wir mal eine Weihnachtsmotto-Party machen, Antonia, sollten wir eine Harry Potter. Danke. Ich kriege gerade einen Energieshot, so einen Vitaminboost. Mit Ingwer. Oho. Oh. Naja, wenn wir mal eine Weihnachtsfeier machen, dann finde ich, sollten wir eine Weihnachtsball-Weihnachtsfeier machen, wo man sich als Harry Potter-Charakter verkleiden muss in diesen Festen. Ich komme aus einer von den Schicksalsschwestern. Na toll. Can you dance like a hippo? Nein, wir müssen eine Band dann engagieren, also engagieren, die sich dann verkleidet. Wir müssen ein Charakter sein und ich glaube, ich würde, Ich bin Flitwick. Finde ich gut. Du bist ja auch ungefähr so klein wie Flitwick. Nein. Nicht ganz. Dann hättest du so einen Frack an. Das Outfit finde ich mega. Und außerdem macht der Stage-Diving. Stimmt, ja, genau. Also im Film. Ja, wir sind ja auch beim Film. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich fände auch so einen traditionellen Umhang von den Durmstrang-Leuten cool. Ja. Dann kannst du dich cool fühlen, wenn du nur so auf einer Seite hast, so einen richtig schweren Fellumang, der mich wahrscheinlich ein Vermögen kosten würde, würde ich den auch haben wollen. Aus Fake-Fur natürlich. Musst du dir selber nähen. Ja. Das wird also nie passieren. Wir werden diese Weihnachtsfeier niemals machen. Ich frage mich auch gerade, von welcher Weihnachtsfeier sprichst du eigentlich? Warum sollten wir eine Weihnachtsfeier feiern, wo wir eine Band engagieren, die sich verkleiden muss? Weil wir den Weihnachtsball nachbilden wollen. Ach, ja, aber wollen wir das? Ja, also ich würde das machen. Und wer kommt dann noch außer uns beiden? Naja, gut, wir könnten alle einladen, die Harry Potter kennen. Alle Zuhörer. Ja, wir könnten eine Community-Weihnachtsfeier machen. Sag das nicht zu laut, die Leute planen das jetzt schon für Weihnachten dieses Jahr. Gut, also wenn ihr das plant und die Verantwortung dafür übernehmt und dafür haftet, weiß ich jetzt nicht. Hamba und ich sind dann die Band und treten als die Schicksalsschwestern auf. Yeah, yeah, yeah. Ich möchte da nochmal drüber reden. Okay. Ein andermal. Genau, aber, ne, also ja, also, wir verheddern uns hier, das macht keinen Sinn. Ja, stimmt. Excuse me. What happened? Basti übernimmt jetzt hier. Ich habe ihn gewunken, er hat mir einfach nicht mal zurückgewunken. Ja, weil er mit seiner Ananas beschäftigt ist. Ja, er hat gesnackt, ich habe das schon bemerkt. Du guckst verstört? Ja, manchmal geht es nicht anders. Ja, ich habe es nicht も Kombi im Jungen. Okay, ja, genau. Wie für dich dein Haus? Ja, danke für dich. Vielen Dank.